Ihr könnt das mal besprechen, ich geh kurz aufs Klo. Ja ne, wir brauchen dich, jetzt geh nicht aufs Klo, du musst mit Druck spielen jetzt. Ne. Doch, du musst jetzt mit Druck spielen, was ist das? Was ist das, Kollege? Du spielst jetzt mit Druck. Komm zurück! Hey! Das ist gar anders geworden, das check ich jetzt, das ist ja krass. Das ist richtig, richtig stark, ja. Ich glaub, jedes Game, wo Kaiser das hatte oder wollen wir nein gemacht bis jetzt. Jedes einzelne Game. Das Jamp ist nach seinem Rework ist ja sehr stark, ja. Die geht doch mit mir, ja. Also, ich hab ja zehn Jahre eigentlich keine Solo-Cable mehr gespielt. Und wenn dann halt immer so, weißt du, Spanne und Ferne oder jetzt so ein bisschen Flex-Cue. Das Spiel ist jetzt richtig geil, du hast halt richtig Spaß, das ist wie ein neues Spiel wieder. Ja, es macht grad so crazy Bock für mich, weil, wenn du halt so richtig viel lernst und neu entdeckst erstmal, das ist ja wirklich, for real wie ein neues Spiel entdecken. Und das ist so ein bisschen Abstand, so eine kleine Pause kann mal ultra gut tun, um einfach so richtig neue Motivation zu sammeln. Ja, oder auch andere Roller einfach schon, ne. Ja, ja. Aber je besser, je besser du wirst, desto mehr Fehler siehst du und dann bluten deine Augen auch mehr, ab wegen dem Punkt. Ja, aber es ist auch sehr unterhaltsam für den Stream, dieses Eisen-Bronze-Gameplay. Das ist wirklich geil, das ist ne geile Kombo gerade. Ja, du spielst halt aber auch so Psychopathen-Sideline-Style aktuell, das ist auch einfach lustig anzugucken. Ja, ja. Ja. So packen an Lucky, was grad passiert ist. Ich kann mich von hinten. Hm, der Schoko kann halt da sein, ja. Kannst du mitte raus pushen und boteln kommen? Ja, der Schoko ist ja. Ja, der Schoko ist ja. Okay. Ich hab mitte rausgepusht, ich kann ein Bot kommen, ja. Noll top. Oh, nice, geil. Danke. Also, Ghana ist der wirklich bodenlos auf Support, ist das geil. Schade, dass der bei der MSI noch nicht frei ist. Ich glaub, der werden 100% Bandpick, persönlich. Ja, aber. Der ist so nasty. Ist halt auch ein Plippleplex, ne, das ist einfach krank. Einfach krank. Meist du, der ist im Proplay, wird der auch Support gespielt? Oder eh nicht? Wahrscheinlich nicht. Also, gerade ist halt so, dass Early-Game sehr broken ist. Also, sowas wie Ash und so, ne? Oder... Ja, auf Kalista wieder auch Support gespielt sogar. Wird alles außer Support, wenn da Support gespielt. Und wenn du da nicht dagegen halten kannst, dann bist du kein guter Support. Aber kannst du hier nicht einfach Laneswappen dann? Du bist fein. Ja, aber dann macht's mehr Sinn, dass du so eine Lulu pickst, oder? Na gut, der hat vier Kills, ne? Aber ist klassischer Early-Game-Chapo. Wenn jeden halt nicht Respected... Hat er noch E oder E? Ja, die Solo-Laner respektiert mal wieder nicht, ne? Ja, my bad, sorry. Oh, der Mitleider respektiert mal wieder nicht. Da ist der Chaco wieder, dem nächsten Kill. Auch Freddy? Vielleicht... Obst du das? Habe ich schon mal gesehen? Mein Gott, alter! Dieser scheiß Chaco! Aber diesmal hat er den Skip wenigstens verkackt, der Loser. Oh! Komm, Chaco geht's gleich noch, um dich abzuholen. Okay. Und ich hol ihn, ne? Ja, völlig. Ich glaub, der ist eher nach BOT gegangen, oder? Ja, meinst du? Ey, aber Jungs, zumindest hat mit, wie der Prio auf jeder Wave. Also... Ihr könnt mich mal, ihr kleinen Schlaginer rein. Ich spiel' heute so ein und auf. Okay, ich geh' zum... Wenn du 20 Mal geschenkt gank wärst, dann wär's schon 0,30 da unten, ne? Ich wurde schon zweimal gegankt. Ich hab' gedacht, mein E-Cancelt das, aber... Ist nicht der echte! Scheiße. Jetzt, 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 jetzt! Oh, du hast ihn? Wann hast du ult? 1. Oh, ne? Das war... Anti-Synergy. Äh, it's okay, it's okay, it's okay. Komm her. Die Kamille ist am Permarom, ne? Ja. Ich glaub, die ist fertig mit der Topline, was immer da passiert ist. Mh, das darf man eigentlich nicht zeigen. Nee, it's over. Oh, oh. Chaco's here, hinky cute. Chaco's here, hinky cute, chaco's here, hinky cute. Alles gut, alles gut aus. Wann, wir, können wir, können wir? Let's go! Ich hab' hier, hier, hier. Ab sich. Schön. Geh' noch mal rein, geh' noch mal rein. Ja, Phil. Das bodenlos, du wirst von Dana abgeschleppt in einem Mamumu-Cube. Verwirkt nicht frech, Alter. Du wollt drei Games geprobt, Leute. Ich würd's nochmal erwähnt haben. Was holt ihr da gerade? Was, was, also worauf hofft ihr? Ich würd vorschlagen, wir mal ins Harald und gehen direkt zum Drake. Oh, was passiert hier? Okay, 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 okay. Ich glaub, du nimmst den, ich... Ich nehmt den, komm ich. Ja, ja. Kannst ihr überhaupt gar nicht bewegen? Hast du mir da gemacht? Ich hab' die hier reingeholt, aber... Der ist noch nicht gebrochen, aber wir werden ihn gleich noch brechen. Ja, ich glaub, der geht nicht verdragen, oder? Der geht für Krabbe. Der geht für Krabbe. Der geht für Krabbe. Oh, Sartorius. Ult, ult. Oh, die Dodge. Rookie. Jetzt in der Mitte Raptor. Oh, die ganzen Shurikens! Ich würd auch sagen, wir machen Nash und dann direkt Ende hier. Komm mal, dann setz ich Port Harald, ja? Kann ja beten, vielleicht. Ja, okay. Die gehen mit rein. Oh, okay, ich komm mit. Ah, wenn ich den treffe. Es dauert noch ein bisschen. Ich bin gleich da. Oh, ich komm auch durch. Ohi, ohi. Ohi, ohi, ohi. Help, mi! Help, mi! Help, mi! Spiel es an. Spiel es an, Hero. Ich komm, ich komm, ich komm. Oh mein Gott. Kastro, ist ja so ein Dreckschamp. Oh! Wo ist der Side-Step? Ich dachte, der kein Ult, ich war rausgetappt, mein Fehler. Das ist nicht gut, wir sollten einfach auf einem Humult werden. Okay. Ah, Hilfe, Hilfe. Oh mein Gott. Zack. Ey, der Shaco. Hier spielt high Elo, ja? Der Shaco hat mich krass geschlaut. Warum macht ihr denn weiter auch? Geh doch einfach. Geh nach Hause, Jungs. Hey, 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 hey. Noch mal Tempo wieder. Was ist los? Discipliniert spielen. Das ist wichtig. Ja, das könnte ein Solo Queue machen. Oh, er wird gekocht. Oh mein Gott. Er wird echt gekocht. Ey, das war nicht schön. Ich ruft auf Hot Pots. Habt ihr jemals Schlange gegessen? Ne. Was ist Schlange? Je. Ne. Aber ich hab mal Hühnerfüße gegessen. Warum denn Schlange? Weil wir gerade die Casio angebraten haben. Ah, ok. Wollt ihr Mitte, Mitte Raum? Was ist Hühner, was Füße? Komm mal Mitte. Ja, komm dazu. Komm dazu. Komm dazu, ja. Ja. Das war das Komischste, was ihr je gegessen habt. Bei mir war es Frosch, würde ich sagen. Hühnerfüße. Ne, Frosch geht doch übel klar, oder? Wie schlechtes Hähnchen ist das so, ja. Ja, ja. Na gut, bei mir war es gut Hähnchen tatsächlich. Also ich fand das absolut beeindruckend, dass die Franzosen da immer so ein Ding drüber machen. Schnecken habe ich auch hier. Ja, ist ein Schnecken, ja. Frankreichs. Ja, geil. Das ist richtig scheiße. Es ist Schnecke. Schnecke ist richtig schlecht. Schnecke ist insane gewesen, fand ich. Ich komm, ich komm. Ich komm, ich komm. Oh, ich komm dazu. Ich hab Volt. Oh, Hanno, ich warte auf den Engage. Ja. Ohhhh. Ich werde einfach Parmas gespielt. Erst da. Ah, wir haben ihn. Jetzt rein da, rein da, rein da, rein da, rein da, rein da. Mama! Mama! Ich hab dich, Freddy. Dankeschön. Danke für die Meta-Stacks. Ja, sehr gut. Dankeschön. Dankeschön. Wir haben eine Wave, Leute. Ja, sie ist so strömig. Die kriegen auch auf uns. Äh. Ah, ja, das war. Ey, schalte. Wie habt ihr da reingeschaut? Äh. Ist das insane. Aber die ist so ein Platz. Oh, VG. Äh. Predigemini block. Nice. Good job, Leute. Und da ist doch da. Nein, wenn sollen. Jetzt noch schnell Master für dich auch noch. Abfad. Let's go. Ja, ich werde für heute raus. War ein geiler Games. Du bleibst schön hier, Kollege. Ich hab mit sieben Kills 3000 Damage. Das ist eine hohe Kunst. Sartorius hat mit sieben Kills 26.000 Damage gehabt. Mhm. Weil ich Macher bin. Das ist, was ist da Toplay passiert? Das ist ja insane. Mhm. Darf man eigentlich nicht zeigen auf Twitch. Ich hab schon Angst, dass mein Account gebannt wird. g200-etsch. Schnell, dich wie möglich. Lockrauger нет, das Cer ugly ist stimmt. .. ist schön, dass hier nicht. Und你 sagst einfach mal nutzen, du wenn der Kopf hinzu... du bistутствist.